Ja, da haben wir doch schon 305,34 kmh für den Sebastian Triebis in seinem 1.172 kmh starten. So, jetzt haben wir mit der Startnummer was, was hat er denn drauf, mit 2.01 kmh? Tira, Soppe! 2.92 kmh, sein aktueller Rekord. 2.99,0,0! Meine Presse, da fehlt nur noch 1 kmh. Ja, seitdem ist der Martin Stellmach im 650 kmh. Ja, hier ist der Martin Stellmach. Juhu! Ja, wie ihr mitbekommt mal... Jetzt 300kmh. Vielen Dank. Das war's für heute. Der zieht einfach immer noch Balken und der zieht im dritten Gang auch noch Balken. Und der zieht im dritten Gang auch noch Balken und der zieht im dritten Gang Balken. Alter! Stuhl nicht schlecht mit 92, wenn alles gut hinhaut. 299! 299,25! 399,25! 399,25! 399,25! 499,25!